Ich werde dich töten, Mutter. Ich stoße weiter vor ins Herz der Finsternis. Das Herz der Finsternis ist ein uralter asiatischer Mythos. Es sei denn, sie glauben an Drachen, Geister und dergleichen. Ich bin bereit, alles zu glauben, wenn ich dann erfahre, was mit Sean passiert ist. Freund von dir? Nein, seine Frau sucht ihn. Einen toll. Mit diesem Mann spricht man nicht. Man hört ihm zu. Das, Tyler, ist ein Geisteskranker. Nein! Arno! Ich hab alles sicher! Arno! Allo! Tyler? Ja? Wer finanziert diese Reise eigentlich?